hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von sim city 4 deluxe mit dem sc4 launcher und wir sind ja im letzten ersten part sind wir hier am bauen gewesen jetzt bauen wir eine zweite stadt und die machen wir so dass wir vor allem den müll hier hinbringen können und nennen wir sie mal müllhausen nicht mühlhausen sondern müllhausen in der nähe von basel müllhausen in frankreich so machen wir easy ich denke das ist gut wenn wir das auf easy setzen das ist nur die müllstadt müllhausen so gut da haben wir schon eine connection sehr gut dann machen wir hier schon mal die ersten sachen tun hier auch industrie machen wir wollen ja auch irgendwie noch arbeitsplätze geben dann brauchen wir natürlich auch wieder ein kraftwerk das ist mal der müll da oben sind die kraftwerke der erste part ist auch gut angekommen natürlich gibt es nicht so viele leute die jetzt unbedingt so ein spiel sehen wollen aber das ist klar das spiel ist alt und es gibt jetzt nicht immer so viele leute die wollen schon gerade solche spiele jetzt auch mögen aber natürlich ist es nicht so schlimm ich mache das jetzt bin natürlich gerne sehr weit und sehr fertig und vielleicht kommen dann auch mehr leute bei ein video ein kleines let's show kam sehr gut aus also ja ziemlich sehr gut sogar seines meiner beliebtesten videos aber das ist ein video das ist nicht ein ganzes let's play aber okay ja also vielleicht wird er das auch wissen beliebter dann meine einfach ich bin halt einer der ganzen tag live streamt und fußball spielt und so bin schwer krank und deshalb ja kann ich nicht dafür immer sorgen aber ich habe dennoch ein bisschen zeit und wenn ihr mir natürlich auch ein bisschen helfen könntet dürfte das gerne machen ist natürlich nicht zwingend oder ist alles freiwillig bei mir aber ihr dürft gerne ein bisschen ja mich unterstützen so falls ihr euch eben gut auskennt falls ihr mods oder so habt ich habe ein paar mods gesehen aber ich weiß nicht ob die funktionieren weil das ist die geog version also good old games version und mit dem sc4 launcher ob jetzt alle mods funktionieren keine ahnung da müssen wir dann sehen müssen wir dann schauen so die leute kommen das ist sehr gut so wir müssen aber hier wirklich eventuell frei machen wieder aber jetzt noch nicht wir machen jetzt mal hier eine mülle ein racing center ist halt noch ein bisschen teuer 50 pro kleines ding ok so und jetzt machen wir hier noch einen weg und dann machen wir noch mehr wohngebiete so genau genau die richtung super es geht erstaunlich gut jetzt jetzt bin ich noch ein bisschen mehr drin ich habe jetzt zwar nicht geübt mehr aber man kommt schnell rein das ist der mülle die müll abfuhr geht jetzt zu unserer anderen stadt bekommen wir mehr einnahmen also die wegmachung ist jetzt nicht so gut das ist natürlich in city skylines besser aber ich mag einfach das spiel es hat viel mehr umfang auch also ja mittlerweile ist wahrscheinlich schon city skylines grösst mit den addons aber ohne addons ist natürlich city skylines nicht gerade gut so also den ds ist zum kaufen und sie sind mir ein bisschen zu teuer also ich würde schon gerne city skylines jetzt mal noch komplett kaufen und dann ein bisschen live streamen aber mir gefällt es halt auch nicht so also hier machen wir mal wissen was wir machen wahrscheinlich diese gebiete wieder weg machen die städte also die wohngebäude dort weil wir müssen natürlich auch hier überall landwirtschaft machen muss das connecten so nein nicht ohne straße bitte aber wir haben wir überall das sind länger geht nicht mehr ok sehr gut das geht auch und da verbinden wir mit einer halbstraße weil die wollen ja auch irgendwo verschippt werden wir machen hier auch noch eine connection das ist richtig so und hier überall die guten straßen wunderbar in der anderen stadt müssen wir eigentlich schon alle hin bauen denke ich mal die connections hier hin auch dann mit alle hin ja ich muss einfach hier irgendwo dann strommesten machen machen wir ab hier machen wir hier mal gewerbegebiete hier hier ist nicht gut ja doch machen wir ab hier wieder gewerbegebiete und es geht wieder nicht in die richtige richtung nein ich würde es nicht bauen nein ich würde es nicht bauen ich würde es auch nicht bauen so nochmals gewerbegebiete hier eine straße und dann schön wieder diese blöcke ähm ja in die richtung so das machen wir jetzt einfach auch effizient und nicht irgendwie in fz also optisch werde ich natürlich sehr sehr schön bauen dann wenn ich das geld habe aber sagen wir kein geld habt baut lieber zweckmäßig so das sollten eigentlich genügend leute sein hier dann machen wir hier wirklich auch große gewöhn so jetzt werden hier farmen gebaut sehr schön wir machen hier noch ähm wo ist die baustile da oben rechts ist es machen wir ähm machen wir hier mal husten 1990 und dann New York New York machen wir so jetzt werden alle geburied in New York New York style so dann haben wir hier Night War 2 Deals das geht nicht natürlich wir wollen die auch beschicken ähm Legacy Gumping müssen wir anmachen das würden wir dort drüben eigentlich auch machen ja ich mache jetzt noch nicht Zeitungen an oder so Utilienes Utilienes ähm Nation Maintenance Pickup & Delivery Landfill ja das ist einfach an dem Strich wo es eigentlich effizient ist oder? ok da müssen wir nichts mehr machen hier der Landwirt wo ist es wohl? wo ist es wohl? wo ist es wohl? wo ist es wohl? Massentraxzit nein wo ist es wohl nicht wie keine Grazzit hm? was ist keine Grazzit wie ist es wohl keine Grazzit? ja ich und einfach nur da unten hast du Grazit? ja ah wo willst es aber nur genau Vielen Dank. Oh je, gibt es böse Menschen? Ja, ich habe gerade mit meiner Schwester über die Nachbarin geredet, die ist mega böse. Aber gut, Root Service, wir müssen ja noch ein bisschen höher machen, dass der Mensch nicht meckert. So, wegen 3 Cent pro Monat. Oder 3 Euro pro Monat ist jetzt auch nicht so schlimm. So, danke für die Geduld. Jo, jetzt werde ich natürlich nicht mehr gestört. Oh, ein Möwen ist schon da. Und Möwen. Was machen Möwen? Ja, die suchen natürlich nach Essen. Okay, hier mache ich dann auch noch eine Connection rein. Hier wird auch schon gebaut, aber die Gewerbegebiete, die werden nicht so gut gebaut. Ich mache, denke ich, hier auch schon eine Klinik hin. Und dann noch nicht. Also, wie viel haben wir hier? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird nicht richtig sein. Schöne Musik. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Dann machen wir hier wieder normale Straßen. Da sind das Landwege. Da sind das die anderen. Und was steht hier? Roots. Streets. Ja, Landstraßen. Also Roots sind eigentlich die Landstraßen. Und Streets sind die Stadtstraßen. Ja, ungefähr so. Jetzt machen wir hier auch irgendwo Bus-Stock. Zum Beispiel hier. Und hier irgendwo in der Mitte. Dann machen wir hier alles Schule hin. Ja, ja, ich weiß es. Ich weiß, dass du meckerst. Ich mache hier mal eine Verbindung. Jetzt haben die auch Strom. Und jetzt muss ich natürlich noch einen Wasserturm machen. Dann mache ich am besten dort, was am wenigsten Verschmutzung gibt. So, und zum Beispiel hier. Gut. Die brauchen Wasser. Das würde eigentlich gut gehen mit dem Wasser. Ihr braucht halt auch Wasser. Ich denke, aber nicht überall. Brauchen die auch Wasser, die Farben? Also, dass sie grösser werden vielleicht? Aber ich sehe jetzt gerade nicht. Ist das jetzt Connected? Ich habe doch einen Wasserturm. Braucht der Strom, bevor es angezeigt wird? Keine Ahnung. So, also die Connection ist hergestellt. Die Schule muss noch kurz runtergesetzt werden. Auch einen guten Wert. Ja, das ist eigentlich gut. So. Ja, ich will. Ich will nicht da rein. Ich will kein. Das kostet immer so viel pro Monat. Zeissig. Äh. Da sind. Das wollte ich. Genau. Ein paar könnte ich dann auch mal irgendwann mal machen. Aber das ist jetzt auch nicht nötig. Was wir eigentlich noch brauchen ist, ja, eigentlich nichts mehr. Jetzt haben wir momentan alles. Haben wir jetzt auch beim Turm, Wasserturm, Wasser. Ja. Also es geht. Da drüben muss noch einer hin. Also jetzt sollte eigentlich alles, was nötig ist, mit Wasser versorgt sein. Ja. Es dauert nur ein bisschen. Gut, der Müll, ich kann ihn noch hier machen. Am Rand entlang oder so. Den Müll muss halt einfach mehr von der anderen Stadt reinkommen. Gut, dann schauen wir mal hier. Hier, das ist auch noch ziemlich gut. Aber wir haben jetzt momentan niemanden, der jetzt unbedingt lernen will. Okay, dann machen wir noch ein paar mehr. Es ist wichtig, dass ihr wirklich gut Eater macht. Ja, aber das geht nicht. Ohne Strassen geht's meistens nicht. Schöne Musik. Passt ein bisschen so zum Zeitalter. Das ist ja momentan New York 1940. Musik. Jetzt ist das Jazz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So wunderbar. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Also im Bus Stopp bleibt hier mal noch. Oh, die sind falsch. Ich will noch einzelne Striche. Die sind immer kombiniert. Zwei weit. Okay. Das ist ein bisschen doof, dass es nicht so richtig passend gemacht wird. Aber so geht es. Einzelnen geht es. Okay. Ich will immer einzelne Striche. So, das Parkhaus hat hier ungefähr Platz. Jetzt habe ich es doch. Man kann es nicht einfach irgendwie löschen mit ESC oder so. Ich habe es jetzt doch gebaut. Also das Parkhaus ist, glaube ich, 2x2. So. Hier ist es auch wieder 1x2 breit. Okay. Also mir gefällt SimCity 4 eigentlich ziemlich gut. Also, ja, es ist schon klar, dass es manchmal, ja, einfach altmodisch ist, oder? Ob das Spiel ist von 2001. Ja. Und viele Leute sind natürlich so verwöhnt, dass ich niemals Spiele, die mehr als ein Jahr sind. Ah, das ist noch größer, das Parkhaus. Und dann möchte ich gerne dort noch, ähm, wir machen hier schon eine Subway Station. Die ist jetzt aber noch nicht so teuer. Ja, auf jeden Fall Subway Station. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier in der Mitte. Und nach hier. Ja. Und dann ist es ein Rundweg. So ist Subway. Ja. Das ist Subway. Subway to hell. Ich weiß, dass es nicht Subway heißt, aber ich bin auch gut. Geht es gut zum Verbinden? Nein. Die geht nicht gut. Verbinde doch, du dummes Gelb. Verbinde. Wie eine Verbindung. Ja, genau. So ist gut. Nein ist nicht. Aus. So. Wunderbar. Ich wollte das nur verbinden. Das ist ein schönes Lied. Hey. Verbinde. Wie blöd. Ja, jetzt. Ja, ja. Wie blöd dieses gemacht wurde. Nein, ich will verbinden. Nein, ich will nicht. Dann machen wir das so. Dann haben wir halt einen Knoten drin, aber was nicht passt. Ich will nicht. Ich will diese Sachen nicht. Nein. Ablehnen. Dankeschön. Ich will das nicht, liebes Spiel. Diese Reklamationen geben wir auf den Kölks. Es gibt sicher Mods, wo das entfernen. Eine gute Verbindung. Hier aber nicht. Ja, genau. Was ist das eigentlich oben? Hä? Wir haben hier einen Rest drin. Ah, das ist einfach so zu sehen. Rein sehen. Okay, das ist hier auch, oder? Ah, hier nicht. Aber hier sitzen wir uns wieder rein. Okay, das ist ja schon mal ziemlich gut. Jetzt kommen die Leute auch durch. Jetzt machen wir aber hier oben noch kurz eine Verbindung. Unbedingt eine bessere Verbindung. Ein bisschen komisch aus, hier muss der Ding auch einen Knoten machen, aber das ist gut verbunden. So, ziemlich gut die Stadt. Wahrscheinlich ist einfach der Müll, also die Umweltbeschmutzung hier drüben sehr hoch. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben ja gesagt, wir machen auch noch die Finanzen immer wieder. Gut. Und deshalb müssen wir einfach runter setzen. So. So. Okay. Und Agra sowieso runter setzen. Das macht immer Probleme. So. So. Und falls jemand, also falls etwas ganz gut ist, dann machen wir es natürlich noch mehr runter. Aber ich sollte vielleicht hier auch nicht unbedingt so niedergehen, sondern hier eher niedriger gehen. Wenn reichen. Aber okay. Jetzt momentan, wir verdienen aber nicht genügend Geld. Wir müssen noch mehr in Geld verdienen. Was ist das mit dem Müllhafen? Kommt man den noch? Ähm. Wo macht man das? Ähm. Das glaube ich hier. Verkaufen. Genau. Gambling bringt ja auch 100 pro Monat. Gabbetsch. Wir können nicht mehr verschicken. Also dann müssen wir hier. Utilization Debt. Aua. Wir müssen sicher mal das Kraft wecken. Ein bisschen schlechter mal. Sonst haben wir sehr, ja. Wenige finanzieren. Wir haben einfach Zubile. Genau. Jetzt haben wir schon mal Einnahmen. Jetzt können wir eigentlich hier auch noch runter setzen. auf 70 ungefähr. Hier können wir locker aun. Hier machen wir einfach mal 104. Und jetzt verdienen wir ziemlich, ja, noch nicht so viel extra. Das liegt an den Busstrecken wahrscheinlich auch. Die Kosten hat auch ein bisschen. Hm. Also wir müssen einfach mehr Wohngebiete bauen. Dann machen wir das auch. Drei, vier. Nein, nicht hier. Also eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Ich finde es schön, wenn jetzt zum Beispiel eine Schule ist, dann gibt es auch diese Schulbursen. Und, ja. Sehvergang. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. So. Jetzt haben wir hier halt überall die normalen Straßen gemacht. Ja, dann müssen wir halt schon hier wieder erhöhen. Ist doch nicht schlimm. Oh Gott. Das ist so sensibel. Also man erhöht viel zu viel. Direkt. Tut das mal updaten, bitte. Ja, genau. Also ein bisschen erhöhen. Ja, die Glühbeeren hier oben müssen natürlich schon ziemlich gut sein. Ja, es geht von 900 auf 1400. Ja, dann geben wir halt ein bisschen mehr Geld aus. Okay, jetzt verdienen wir einen Euro. Ist natürlich nicht so gut. Wir brauchen jetzt mehr Wohngebäude. Das müssen wir jetzt erhöhen, sonst verdienen wir nie Geld. Und es gibt ja auch so Häuser, die Geld verdienen. So große. Da müssen wir jetzt mal kurz nachschauen und gleich. Also wahrscheinlich ein Casino, da verdienen wir Geld. Und es gibt so Sachen wie zum Beispiel Konferenzzentren, die sehr viel Geld kosten. Und die sollte man natürlich nicht bauen. So, wunderbar. Diese Seite müssen wir auch, denke ich mal. Hm. Also jetzt momentan verdienen wir 30 mehr. Okay. Zum Beispiel ein Schulbus. So. Ja, auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Hier auch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so Raste sollen eigentlich automatisch gebaut werden, so dass man das auswählen kann, wie groß man die Gebiete haben wollen. Aber das gibt es ja nicht gerade momentan. Hier ist sowieso noch eine Strasse, die ich wegmachen muss. Also die Bedienung ist eigentlich das Schlimmste an diesem Geld. Die Bedienung ist manchmal echt grausam schlecht. Nein, ich führe wieder einen ganz blau. Warte, das ist nur das Bulldozer. Weg, zeig. Gut. Habe ich nichts dabei. Hm. Also. Ja. Das wäre ja eben New York. Nein. Müllhausen. Eben das richtige Müllhausen in Elsass, Frankreich. In der Nähe von Basel, also Südwest-Deutschland. Ist, heisst Mühl, also mit einem. Eigentlich wie eine Mühle, aber die schreibt man ja mit H. Ja. Und. Ja. Ich glaube, das war auch mal kurz oder mehrere Jahre deutsches Gebiet. Ja. Und deshalb heisst es Mühlhausen. Nicht ganz richtiges Deutsch, aber knapp richtiges Deutsch. So. Und das andere Gebiet heisst ja Tragodia. Wir können auch Basel machen dann. Wir können auch Städte wie Irrsinn einen Lloyd machen. Gerne wählen. Und auch wie ich bauen soll. Also nicht gerade sehr Kostenspiel bitte. Man muss immer extrem sparen in diesem Game. Das ist ein bisschen, es hat ein bisschen wenig Freiheit. Also man muss unglaublich viele Gebäude bauen, dass man zuerst auf, ja, richtig einnimmt Geld. Und eben so, es sind viel zu teuer. Zum Beispiel das Krankenhaus, also die Klinik, ist schon am Anfang viel zu teuer. Später die grossen, die sind sowieso zu teuer. Die kleinen sind schon zu teuer. Also das verdiene ich jetzt kein Geld und habe schon so viel eigentlich dem Tragodia, der Stadt Tragodia gegeben, mit Müll holen. Ja, das reicht wirklich noch nicht. Hm. Wie ist also die Reisezeit? Wird das auch irgendwo angezeigt? Traffic? Traffic ist durch die U-Bahn, denke ich mal super. Hier könnten wir noch eine richtige Straße machen und rot. Aber sonst, nirgends Stau. Okay, machen wir hier einfach die Straße noch. So. Und hier auch. Sehr gut. Okay, Gewerbegebiet sind langsam auch. Gut. Und jetzt, ähm, ich habe hier die falschen Dinge gemacht. Ich würde ja hier Farmen machen. Wir lassen jetzt mal das und machen hier Farmen. Die habe ich irgendwie falsch gesehen. Ich habe die falschen ausgewählt. Irgendwann mal. Okay, mache ich hier lange. Ja, ist gut. Mache ich auch kurz. Nur nicht so schnell immer die ganze Zeit uns das sagen. Weil ich kann nicht so schnell reagieren. Also die Politiker in Real Life machen das auch nicht. Ich habe doch das ausgewählt. Okay. Jetzt wäre ich das wichtig aus. Ich würde die große Gebiete machen. Ich glaube die sind effizienter, wenn sie groß sind oder sind die nicht effizienter. Wenn man kleine macht. Ich weiß es nicht. Das müssen wir austesten. Was jetzt mehr bringt. Oder wenn es weniger bringt. Ist ja auch egal. Machen wir hier auch noch eine Verbindung. Ah, hier ist schon eine Verbindung. Das ist nicht so schlimm. Verbindungen. Ah, hier mal her. Und wenn wir hier mal ein bisschen mehr in Dragodia haben, machen wir hier mal einen Zug hin. Dass die Farmen Dragodia auch beliefern. Weil dort wollen wir keine Farmen machen. Das ist einfach zu große Wasserverschmutzung. So. Was wird denn benötigt? Vor allem Wohngebiete. Aber da habe ich jetzt gar nicht Lust, schon wieder Wohngebiete zu bauen. Ja, ist gut. Nicht immer so reklamieren wie der. Ja, ja. Die Schule ist auch überfüllt. Jetzt langsam sind einfach zu viele Menschen unterwegs. Also sie ziehen einfach zu sehr ein. Hier ist noch nicht viel Schule. Machen wir einfach da irgendwo noch eine Schule. Ah, jetzt kommen die Farmen. Sehr gut. Das sind große Gebäude scheinbar. Okay, ich habe schon lange nicht mehr Farmen gebaut, weil sie einfach zu wenig effizient sind. Okay. Ja, die werden ja gewollt. Also wir sollten, vielleicht nicht gerade dieses Gebiet, wo Müll für Müll zuständig ist, aber ein anderes Gebiet, wo man so richtig viele Farmen baut. Oder nur Farmen oder nur noch Gewerbe und Wohngebiete. Sieht nice aus, aber es passt nicht so, wenn so viel Gras da ist. Okay, es sind 8 Jobs und die haben auch 8 Jobs. Die haben 13. Also ist es besser, wenn wir kleinere Gebiete machen oder wie? Okay, jetzt momentan haben wir Stromprobleme wieder. Oh, die sind verbraucht. Und schaut, wir verdienen auch schon recht viel. No water, no way. Ja, ja. Machen wir einfach den Wasserturm nochmal. Ja, wir müssen nochmal diesen Wasserturm bauen. Der Wasserturmplatz ist denn, wie ist er? Hahaha. So, und dann machen wir hier noch mehr Rohre hin. Oh. Weihnachtsmusik. Ja, das stand sogar ein bisschen. Jetzt ist ich noch Weihnachten ab. Hier müssen wir nicht mehr machen. Ja, dann müssen wir hier das Rohr machen. So, ja. Genau. Ja, ich weiss. Ich will das aber nur flicken. Zu viel Rohre sei auch nicht gut, es ist zu teuer. So, und dann müssen wir eigentlich hier nochmals ein Rohr machen. Ein bisschen weiter, oder? Ja. Ja. Ja, das reicht. Sehr gut. Sobald wir wieder wenig Wasser haben, dann ist einfach die Reichweite nicht wieder so gross und dann wieder etwas nicht. Unbedingt. Ja. Es fließt. So, aber das sollte er eigentlich jetzt nicht machen, wenn wir hier Rohre haben. Die Wasserschmutzung kommt immer vom Wasserturm, glaube ich, aus. Ja. Ja. Ja, das ist nicht gut. Cancel. Das ist Minus-Berwertung. Wir bekommen ein bisschen Geld, aber das Geld verdienen wir sowieso über 500 pro Monat. Okay, dann machen wir mal ein bisschen vorwärts. So, und bald brauchen wir halt noch mehr Feuer und Akron. Nein, Feuer! Okay. Mist. Kommt mir kurz ein bisschen ungelegen. Wo ist die Feuerwehr? Äh, Feuerwehr. Wenigstens eine Feuerwehr, die aber auch nicht unbedingt so gut finanzieren. Ah, die Reichweite geht weniger. Und die gehen trotzdem dorthin, oder? Ja, ist gut. Hilf den Katzen. Okay, das machen wir kurz. Das ist falsch gewesen. Wir müssen einfach mehr Kurven machen, wenn wir hier durch wollten. So, das sollten ja gleich dort sein. Aber es geht noch weiter. Es sind mehrere Katzen. Geht doch weg. Weisst du das? Ja, es sind mehrere Katzen. Geht doch weg. Ach, dass die abhauen, ist mir ein bisschen komisch. Aber das haben sie damals wahrscheinlich noch nicht besser hingekriegt. Ja, einfach auf das B gerangen. So, Drago kann immer noch nicht fahren, aber er lernt es. Die Stellung ist halt wirklich schwer. Oh, nein, nicht in die, äh, nicht in den Zahn. Perspektive sollte eigentlich die Kamera mitfahren. Aber ja. Haben wir ja kaum, ähm, gewinnen. Es ist trotzdem recht gut gemacht. Und ich fände, ja, EA Games ist ja nicht bekannt für ihre Spielmachkunst, sondern eher fürs Abzocken. Das EA Games, Electronic Arts, Entertainment, zuständig. Oh, hey, hallo, das bist du gewesen. Ich bin hier Feuerwehr. Ich muss rasen. Oh Gott. Ich hab das gesehen, also so ein bisschen durchgerannt, äh, gebackelt. Okay, jetzt weiss ich noch nicht, wo wir hin. Ah, da unten rechts ist es. Geht aus dem Weg, die Feuerwehr. Hallo, schneller. Sollten wir aber aufhören, so. Ja, wir haben ja noch genug Zeit, ja, ja. Wir haben ja noch genug Zeit. Hupen, hopp. Ja, genau. Die verschwinden einfach, wenn man huckt. Hallo. Blöde, äh, Ding, Ampel. Geht aus dem Weg. Bitte schneller. Ui. Ja, über den Rasen ist nicht so gut, dass Bremsen so viel. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, hallo. Jetzt. Hälfte Katz. Plus 80 Vögel, Vögelmeisterbewertung. Sehr schön. Größere Schulen. Nein, 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 nein. Die Schule ist hier. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Halt auf. Kein was? Ja, und? Wenn du pallierst. heiten, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Jetzt. Langsam sind es wie zu viele Menschen. Was solled ich sagen? Zu viele Menschen einfach in den Häusern. Wieso hast du kein Wasser? Weil jetzt langsam wieder wenig Wasser da ist? oder wie ja es ist zu wenig was einfach hier noch mal geld ausgeben so langsam verdienen nicht mehr so viel plus immer noch 500.000 aber ja und jetzt wie macht man das und was irgendwie die feuerwehr schicken genau so macht man das aber wieso hast du immer noch kein wasser irgendwie sind die gebäude sehr brandanfällig wieso brennen die so viel ja das war in der anderen in tragodia war das nicht der fall dass so viele gebrannt waren eigentlich hat noch nichts gebrannt keine ahnung mach mal vorwärts ja endlich sprichst du da muss aber auch noch gemacht werden da brennt es auch noch hier brennt es auch überall aber das sind schon steine die dürfen brauchen ja aber umweltverschmutzung hey hallo leute nicht so viel umweltverschmutzung machen so dann wurde das auch gefixt wieso ist es in pause wenn die fahren unlogisches game so und dann ist wieder alles fertig ok wir brauchen mehr müll das ist das müll das mülldorf müllhausen da muss müll sehr viel da sein jetzt hoffe ich dass hier auch mehr gebäude ich glaube die muss ich einfach vergrössern oder muss jetzt die gebiete grösser machen nochmal die zwei gebiete grösser und das hier so dicht besiedelte ok ja 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 jetzt ok sehr gut jetzt haben wir schon oh gott jetzt ist alles wieder alles wieder durcheinander oh gott oh gott ok so langsam ist die fabrik aber richtig am ende ok dann muss es nicht eine fabrik sein sondern eine fraubrik oh gott ja ist gut ich weiß nicht nein bitte nein 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 boah also man kann man die nicht einfach easy stehen ich will nicht immer alles was 3000 hallo diese vorschläge sind katastrophal kann man nicht darunter stehen ich weiß gar nicht wo sonst settings sind ja auto go disaster aus agenadress dialog aus expanded tooltips das lassen wir an auto edge auto ecken rekonalization das lassen wir auch mal an so jetzt sollte das eigentlich aus sein ich wusste das gar nicht dass man das ausstellen kann 900 plus ok so wie geht es den schulen jetzt die sind sicher auch voll bald so und hier sind es viel zu viele patienten ok oh bilder werden auch schon gebaut sehr schön ja wunderbar sonst muss ich einfach ein bisschen die zeit wieder ein bisschen reduzieren sonst passt es so viel und was ist denn das patriansplans also wie viele sind hier hier sind 6 hier sind 13 hier sind 8 hier sind 8 hier sind 10 hier an den kleinen gebieten sind es immer mehr dann machen wir doch das mal so dass wir hier eigentlich abreißen dann machen wir doch das mal so dass wir hier eigentlich abreißen hier ist das mal drücken also warm kommen soo millhausen desasterland nimm power over ok also jetzt langsam vielleicht ein wöhlkraftwerk aber die sind glaube ich sehr teuer Ich mache glaube ich mal einen Kohlekraftwerk, weil die natürlich viel mehr leisten können, aber sehr viel mehr Verschmutzung kriegt. Ich denke ich mache dieses Gebiet wirklich arm, weil die Reichen die brauchen natürlich frische Luft und alles, das ist ein bisschen zu nervig in so einer Map, deshalb doch lieber nicht. So, nun gehen wir nochmals rüber nach Dragodia. Das haben wir eigentlich sehr gut. Oh, schon viel grösseres Dragodia, okay. Nice, also und hier wird jetzt einfach, also hier machen wir Gumbling mal an, damit wir mehr verdienen. Und jetzt machen wir Minus, nein wir machen immer noch Plus, City Ordinaries nenne ich das Artiles. Wo ist das mit dem, ah nein Artiles, genau. Ja 19, schau mal, ist noch ein bisschen wenig, weil wir wenig Müll haben, oder wie, wie viel Müll haben wir eigentlich, Müll, muss Müll, Garbaccio, wo ist Garbaccio, garbaccio, italienisch da, garbaccio, kein Müll. Okay, nice, sehr gut, die haben Jobs verloren, weil sie keine reichen Jobs haben, was würdet ihr gerne, oder zu lange Reisezeiten vielleicht? Ja, auf jeden Fall, hier machen wir mal eine andere Straße hin. Ja, da müssen wir fast daneben. So. Es geht irgendwie nicht. Okay, jetzt haben wir die Verbindung abgebrochen. Jetzt machen wir die Verbindung wieder her. Und hier könnten wir ja auch verbinden. So. Okay. Dann machen wir hier am besten, jetzt machen wir hier auch mal die Gebiete größer. Lichter einfach. Okay, die werden auch irgendwie verlassen, die Gebäude. Aus irgendwelchen Gründen. Schauen wir mal, wieso die Gebäude dunkel sind. Weil eh der Wohlstand zurückging, aha. Ja. Ja. Den Wohlstand müssen wir natürlich auch überall gleich gut, ja, passen. Also. Ja. Es sollen halt wirklich Gebiete, die sehr reich sind und Gebiete, die nicht reich sind, getrennt sein. Ja. Dann haben wir hier noch, äh, bald ein bisschen zu viele. Äh, ja. Zu viel. Nicht ausreichend. So. Und hier unten mit dem Strom geht alles klar. Ja. Ist auch bald nicht mehr genügend. Wasser. Das da oben. Ja. Also Wasser. Müssen wir noch mal so einen machen. Ein Türblei Nummer zwei. Ein Türblei Nummer zwei. Und hier sowieso noch Wasser. Reicht das von der Verbindung? So. Dann wollen wir auch noch ein Gebiet, ein Industriegebiet, das reicher ist. Hm. Ich werde jetzt einfach mal hier ein Dichtbesiegeltes machen. Und dort machen wir, wir könnten jetzt mal einen Garten hier hin machen. Wir haben genügend Geld, noch genug Verdienst. Machen wir hier einfach mal so eine Garten-Hackanlage hin. Und zwar machen wir doch einen Sport oder so. Einen Fußballplatz. Ist auch zu groß. Ist breit vor allem. Und hier ein Fussballfeld. So. Wunderbar. So. Also Fussball können sie spielen. Es war noch kein Stadion. Das reicht. Jo. Und jetzt habe ich 50 Minuten erreicht. Dankeschön fürs Zusehen. Und der nächste Part kommt dann, ich denke täglich. Also morgen. Vielen Dank. Und ja. Eine gute Zeit. Tschüss. 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 Kommt. Ciao. Tschüss. 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 Musik Vielen Dank.